Für die Fußballinteressierten unter Ihnen, meine Damen und Herren, war er ein Original. Er war ein wandelndes Fußballlexikon und er ist leider nur 59 Jahre alt geworden. Eingeweihte kannten ihn als die Stimme von Platz 11. Die Rede ist von Klaus Eikhoff. Hören Sie ihn noch einmal. Die Stimme von Platz 11. Klaus Eikhoff, Stimmungskanone hier beim Sportverein Werder Bremen. Auch wenn wir etwas herbstliches Wetter haben, aber das tut gut. Wie war der Spruch im Norden, Süden, Westen? Süden, Osten, Westen beim SV Werder ist doch am besten. Was bewegt dich denn dazu, zu sagen, dass es beim SV Werder Bremen am besten ist? Es ist eine Familie hier, es ist eine schöne Sache hier. Ich meine, ich bin ja nur 13 Jahre schon Sprecher hier bei den Amateuren. Ich fühle mich hier so wohl, bin ja auch seit 1958 Vereinsmenglied. Also ich fühle mich hier auch noch wohl, ne? Sie sollten hier bleiben. Es lohnt sich allemal beim SV Werder. Wie heißt es so schön? Ob im Norden, Süden, Osten, Westen beim SV Werder ist doch am besten. Mh, mh. Wir sind nicht mehr so großartige Fläche, die wir sind. Mh, mh. Mh, mh. Bis zum nächsten Mal.